Michael hieß ein Junge, der in Lönneberger wohnte. Das war ein kleiner, wilder und eigensinniger Junge, nicht etwa so nett wie du. Obwohl er nett aussah, bestimmt, wenn er nicht gerade schrie. Er hatte runde, blaue Augen und ein rundes, rotbackiges Gesicht und helles, wolliges Haar. Alles zusammen sah wirklich nett aus und beinahe hätte man glauben können, Michel sah ein richtiger, kleiner Engel. Aber das war ein Irrtum. Fünf Jahre war er alt und stark wie ein kleiner Ochse und er wohnte auf dem Hof Kathuld in dem Dorf Lönneberger in Smorland. Und das ist ein Teil von Schweden. Wenn er seine Mütze haben wollte, sagte er nicht wie andere Kinder, ich möchte meine Mütze haben. Er sagte, ich will meine Müsse haben. Seine Müsse, das war so eine blaue Mütze mit schwarzem Schirm. Ziemlich hässlich. Sein Vater hatte sie ihm einmal gekauft, als er in der Stadt gewesen war. Michel war glücklich über seine Mütze. Und wenn er abends ins Bett gehen sollte, sagte er, ich will meine Müsse haben. Seine Mutter fand allerdings, Michel sollte die Mütze nicht mit ins Bett nehmen. Sie wollte sie auf die Garderobe im Flur legen. Aber da schrie Michel, dass man es über ganz Lönneberger hören könnte. Ich will meine Müsse haben. Und Michel schlief jede Nacht mit der Mütze auf dem Kopf. Drei Wochen lang. Das ging schließlich, wenn es auch etwas komisch aussah. Die Hauptsache war, dass Michel seinen Willen bekam, damit nahm er es genau. Und vor allem durfte es nicht so sein, wie seine Mutter wollte. Einmal an einem Weihnachtstag versuchte sie, Michel dazu zu bringen, dass er Schnittbohnen aß, weil doch Gemüse so gesund ist. Aber Michel sagte nein. Willst du denn niemals Gemüse essen? Fragte seine Mutter. Doch, sagte Michel. Richtiges Gemüse. Und dann setzte er sie still in die Ecke hinter den Weihnachtsbaum und begann an ihm zu knabbern. Aber er hörte bald wieder auf, denn es stach in den Mund. So eigensinnig war Michel. Er wollte über Mutter und Vater bestimmen. Über ganz Kathult und am liebsten noch über ganz Lönneberger. Aber da machten die Lönneberger nicht mit. Sie können einen Leid tun, die Svenssons auf Kathult, die einen solchen Lausejungen zum Sohn haben, sagten manche. Aus dem wird niemals etwas. So dachten die Lönneberger. Ja, wenn sie gewusst hätten, was noch aus Michel werden sollte, hätten sie nicht so geredet. Wenn sie gewusst hätten, dass er einmal Gemeinderatspräsident werden sollte, wenn er groß war. Du weißt wohl nicht, was das ist, ein Gemeinderatspräsident. Aber es ist etwas sehr Feines. Das kann ich versichern. Und Michel wurde es auch. So nach und nach. Aber nun wollen wir uns mal anders halten, was geschah. Als Michel klein war und auf dem Hof Kathult in der Gemeinde Lönneberger in Smorland wohnte, mit seinem Vater, der Anton Svensson hieß, und mit seiner Mutter, die Alma Svensson hieß, und mit seiner kleinen Schwester Ida. Auf Kathult hatten sie auch einen Knecht, der Alfred hieß, und eine Magd, die Lina hieß. Denn zu der Zeit, als Michel klein war, gab es Mägde und Knechte in Lönneberger und überall. Die Knechte pflügten und versorgten die Pferde und die Ochsen. Sie fuhren das Heu ein und setzten die Kartoffeln. Die Mägde melgten und wuschen ab und scheuerten und sangen den Kindern etwas vor. Nun weißt du, wer auf Kathult wohnte. Vater Anton, Mutter Alma, klein Ida, Alfred und Lina. Außerdem zwei Pferde, einige Ochsen, acht Kühe, drei Schweine, zehn Schafe, 15 Hühner, ein Hahn, eine Katze und ein Hund. Und dann Michel. Kathult war ein kleiner, hübscher Hof mit einem rot gestrichenen Haus, das auf einer Anhöhe lag zwischen Apfelbäumen und Flieder. Und rund umher waren die Äcker und Wiesen und Heine, ein See und ein großer, großer Wald. Es hätte ruhig und friedlich sein können auf Kathult, wenn Michel nicht dort gewesen wäre. Er macht immer nur Unfug, dieser Junge, sagte Lina. Und macht er selbst keinen Unfug, so passiert trotzdem noch genug mit Michel. Ich habe niemals ein Gegenstück zu einem solchen Jungen gesehen. Aber Michels Mutter nahm ihn in Schutz. Es ist doch nicht so schlimm mit Michel, sagte sie. Heute hat er nur einmal Ida gekniffen und die Kaffeesahne verschüttet. Das war alles. Ja, und die Katze hat er um das Hühnerhaus gejagt, das ist wahr. Aber auf jeden Fall finde ich, er fängt an, ruhiger und artiger zu werden. Michel war nicht boshaft, das kann man nicht sagen. Er mochte beide gern, Ida und die Katze. Aber er war gezwungen, Ida ein wenig zu kneifen, sonst hätte sie ihm ja ihr Sirupbrot nicht gegeben. Und die Katze jagte er in aller Freundlichkeit, nur um zu sehen, ob er Gensau so schnell laufen konnte wie eine Katze. Aber das konnte die Katze nicht begreifen. Es war der 7. März, an dem Michel so lieb war und Ida nur einmal kniff und die Kaffeesahne verschüttete und die Katze jagte. Aber nun sollst du von einigen anderen Tagen aus Michels Leben hören, an denen mehr geschah. Entweder weil er Unfug machte, wie Lina sagte, oder weil es von selbst so kam, da immer so viel mit Michel passierte. Wir können ja mit einem Dienstag anfangen. Es war Dienstag, der 22. Mai, als Michel den Kopf in die Suppenschüssel steckte. Und das war Dienstag, der 181st. Und es war Dienstag, der 24. Mai, Ich habe ihn ja, ich habe ihn ja, in der 2. Mai. Und der 5- TERM. Ich habe ihn ja, Vielen Dank.